Hört er diesmal an, er nahm sie in seine muskulösen Arme und strich er sanft und zärtlich das Haar aus dem Gesicht. Ma, ich möchte auch einmal so ein Mann mit muskulösen Armen haben. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hast du dem seine Oberarm gesehen? Ja, hast recht, aber hast du dem seine lächerlich dünnen Hackserl gesehen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, yeah, yeah, yeah.